Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Leute, heute wird es interessant, denn heute gibt es wieder ein Produktvideo. Und zwar habe ich was gefunden, was ich unbedingt mit euch teilen wollte. Ihr kennt die ganzen Rapper und anderen YouTuber, die sich Iced Out Uhren, Ketten, Käppis, Mützen, Schals, keine Ahnung, die sich auf jeden Fall ganz viele Iced Out Sachen kaufen und ich habe mir gedacht, ich besorge mir eine Iced Out Maus. Leute, sieht man das? Äh, ja, sieht man das, Freunde? Ja Leute, ich habe mir eine Iced Out Maus besorgt. Das sind natürlich keine echten Diamanten, sondern einfach so billige Strasssteine. Weil, Leute, ich habe nicht so viel Kohle, ich kann mir keine echte Iced Out Maus leisten. Deswegen muss ich erstmal den Daumen nach oben rausschmettern, damit ich auch so ein Star werde wie die anderen. Ja, ob ich das überhaupt werden will? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Iced Out Maus am Start und damit werden wir heute eine Runde Fortnite gewinnen. Hoffentlich. Viel Spaß, let's go! So, Freunde, die gute alte Handcam darf natürlich nicht fehlen. Ich stecke mal die Maus hier ein und... What the fuck? Ja, hä? Leute, sie leuchtet einfach. Eine LED Iced Out Maus, Leute, was ist da denn los? Freunde, wenn euch die Produktvideos gefallen sind, smash natürlich wie immer den Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch testen soll. Wir haben wieder ein Riesenproblem. Erstens sind die Knöpfe voll mini, vielleicht so zwei Zentimeter. Und zweitens, sie hat keine Seitenknöpfe und ganz viele Diamanten drauf. Alter, das fühlt sich voll komisch an, Leute. Freunde, ich bin in der Runde drinnen und ich muss echt sagen, die Maus ist komisch. Ich habe gerade schon in der Lobby ein bisschen ausprobiert. Die DPI ist nicht so hoch. Leute, schauen, wenn ich mich einmal umdrehen will, dann muss ich die Maus so anheben, dass ich sie wieder zurücksetze und dann noch weiterdrehe. Und... Oh Gott, ich habe keine Waffe. Verdammt. Und der Laser ist nicht so gut. Das heißt... Oh, nice. Nice, 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 nice. Das heißt, wenn ich schnelle Bewegungen mache, dann ist es absolut RIP. Oh, nice one. Ich weiß nicht, ob hier noch einer ist. Das Problem ist auch, ich kann meine zwei Tassen nicht benutzen, weil die auf der Maus gelegt sind. Also hier, die zwei Slots kann ich komplett nicht benutzen. Deswegen muss ich da irgendwie schauen, was ich damit mache. Aber egal, wir haben wenigstens schon mal zwei Leute tot gemacht. Aber wer kauft sich so eine Maus, Alter, frage ich mich. Leute, wer kauft sich denn sowas freiwillig? Freiwillig. Joa, die ist schön. Sie haben da keine Glitzerschneine drauf. Keine Ahnung. Aber schaut euch das mal an. Wenn ich ganz schnelle Bewegungen mache, es passiert einfach nichts. Ich mache ganz schnelle Bewegungen, es passiert gar nichts. Also, der Laser kommt da auf jeden Fall nicht hinterher. Oh. Oh, warte mal. Ich habe doch hier... Bounce Pad? Oh, wohin fliege ich, Alter? Oh mein Gott. Ich will das hier mitnehmen. Wir sehen uns, Bro. Oh mein Gott. Als ob ich noch lebe. Schaut mein Leben an. Holy moly. Bitte seht mich nicht. Bitte, 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 bitte. Ich will noch leben, Alter. Ich bin zu jung zum... Nein. Ich bin noch zu jung zum Sterben, ey. So. Ich bin in der zweiten Runde und wir landen natürlich wieder auf dem schmackhaften Meteor. Weil ich muss echt sagen, der Meteor ist ein schöner Landing Spot. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblings Landing Spot ist. Vielleicht gehe ich dann mal zu deinem Lieblings Landing Spot. Deswegen... Oh mein Gott. Haut das auf jeden Fall mal in die Kommis. Und ich bin gespannt, was ihr so feiert. Oh, nice one. Willst du mich verarschen? Ich war komplett drauf. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier war noch einer. Oh, Freunde. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte ihn fast nicht bekommen. Oh mein Gott. Das war richtig close. Ey, dieser AK ist manchmal... Das war komplett rot. Habt ihr das gesehen? Mein Fernrohrdingens? Aber er ist nicht gestorben, ey. Jetzt haben wir schon wieder so wenig Leben. Was soll ich denn damit machen, ey? Zack. Zack. Lagerfeuer rein. Big Schild rein. Ist egal, ob wir irgendwelche Minis oder so noch finden können. Richtig nice. Und ein bisschen was zu bauen. Ich glaube nicht, dass wir eine Runde gewinnen können. Weil mit dieser Maus ist es, glaube ich, unmöglich. Keine Seitentasten. Dann die DP und alles. Das ist, glaube ich... Mit Skill-Based Matchmaking vor allem. Und, äh... Ja, könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und Hauptsache, ihr habt Spaß. Nicht wahr, Freunde? So. Oh, okay. Schauen wir mal, ne? Ich hätte zwar gerne noch eine Schoddy, aber... Man kann ja nicht alles haben. Ja, wenigstens wieder ein bisschen Leben. Besser als 7 HP, sage ich mal, ne? Ich bin echt gespannt, wie das bauen wird. Vor allem, wenn ich schnell bauen muss. Und dann dieser Laser nicht richtig funktioniert. Das könnte komisch werden. Oh, Freunde. Da oben. Ah... Oh, ich habe jetzt sogar einen Launch. Ja, komm, wir pushen, Leute. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen ein bisschen pushen. Ihr wollt die Action sehen, Leute. Ihr wollt ja die Kills. So ist es ja. Da ist der Kill, Freunde. Nice one. Er hat irgendwo da in die Richtung gezielt. Oh. Okay. Ich glaube, ich laufe lieber weg von dem. Ich sehe ihn nicht. Ah, doch. Ich habe ihn gesehen. Okay, okay, okay. Mann, er ist so schlecht. Fix, konzentrier dich. Nice. Ein Hit. Fix, konzentrier dich nochmal. So. Easy, guy dragged, boy. Was glaubst du, wer du bist, Alter? Legst du dich mit mir an? Ja, legst du... Oh mein Gott, was ist mit dieser Maus los? Okay, ich bleibe lieber ruhig. Habt ihr es gesehen? Ich bewege sie. Alter, ich bewege sie und es passiert einfach gar nichts. Ist da Staub drin, Alter? Das ist sehr komisch. Das Ding ist halt echt kacke. Warte mal, Leute. Ich muss mal kurz in die Einstellungen. Leute, dann kann ich da wenigstens durchscrollen. Besser als gar nichts. Dass ich wenigstens die Waffenslots nutzen kann, ne? Wisst ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wurde auseinandergenommen. Lol, Alter. Komplette Ehre genommen. Also, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt schämen, ne? Nur mal so, dass du Bescheid weißt. Ich hab mich so gelasert, Mann. Holy moly. Shit. Die Zone ist richtig weit. Ich nimm mir diesen Grabler mit, Leute. Let's go. Ab in die Zone, Alter. Oh, es ist schon nice, ne? Man kann schon easy damit move'n. Aber irgendjemand hat auf mich geschossen schon wieder. Ist egal, Leute. Wir move'n erstmal in die Zone. Wir können vielleicht echt gewinnen. Es leben nur noch 10 Spieler. Oh, da ist einer. Okay, fix konzentrier dich. Lol. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Mit der kannst du nicht bauen. Mit der Maus kannst du nicht bauen, Freunde. Kannst du vergessen. Oh, oh. Hier sind voll viele Leute. Was wollen die alle bei mir? Da drüben. Launcht der weg? Ne, der launcht nicht weg. Lol. Lol, der Arme. Alter, wie die reinswerten. Ich bin noch nicht in die Zone. Ja, 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 ja. Shit, ich bin noch nicht in die Zone. Okay, Arme in die Zone. Ciao, Jungs. Ich wünsche euch viel Spaß da draußen, ne? Oh, vielleicht können wir abstauben. Oh Gott. Alter, diese Maus ist... Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert diese Maus nicht? Ey. Seht ihr das? Ich bin... Bewege sie, aber sie macht gar nichts, ey. Ja, das sind so krasse Schwitzer. Also, ich glaube nicht, dass wir annähernd eine Chance haben, hier diese Runde zu gewinnen. Freunde, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Lol, man kann es voll austricksen. Und ich habe wieder volles Leben. Nice. Dankeschön. Ich würde gerne hoch. Nice. Da kommt einer hoch. Doch nicht? Der hat mich gesehen. Als ob er mich gesehen hat. Was hast du denn du für ein Adlerauge? Okay. Oh Gott. Ja, komm. Schon wieder ein 100er Hit. Ja, ich kann nicht bauen, Leute. Könnt ihr vergessen, es funktioniert nicht. Ich muss den One klicken. Ah, ich habe den größten Schwitzer bei mir. Ja, scheiß drauf. Halt dich voll. Ist mir egal. Ich warte hier einfach. Ey, die Maus ist... Dass die Maus auch noch so rumspackt, ne? Es ist so schlimm. Ich werde sterben gegen ihn. Ja. Lol. Was ist bei ihm los? Was ist bei ihm los? Was ist bei ihm los? Okay. Ist egal. Wir haben den größten Schwitzer wenigstens nicht mehr an der Backe. Somit ist schon mal alles gut. Du kleiner Pisser, ey. Wir müssen den wegsnipen. Ja, Mann. Nice one. Wir haben den größten Schwitzer zerstört, Leute. Wir haben den größten Schwitzer zerstört. Du kleiner Madensohn. Ich spiele hier mit einer fucking iced out Maus, Alter. Für keine Ahnung, 5 Euro oder so. Du Kackenhoop, ey. Ich kann nicht mal bauen mit der. Wie gut ist das denn, Freunde? Wie gut ist das denn? Kack, Busch, ey. Ich snipe nur den Busch. Willst du mich doch verarschen? Da unten hat sich echt den Airdrop gegönnt. Und er gönnt sich ein Lagerfeuer. Der muss ja aber raus, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Snipes habe ich denn gerade schon verteilt wieder? Vor allem auf ihn. Er hat schon so viele Hits von mir kassiert. Die sind beide kacke, Freunde. Das ist sehr gut. Oh nein. Jetzt hat er meinen Kill geklaut. Ey, das kann nicht sein. Ich treffe ihn nicht. Okay, Leute. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich frage mich, wie er mich getroffen hat. Aber ich ihn nicht. Oh oh. Nice one. Du bist tot. Junge, du bist tot. Es leben noch drei Spieler. Oh, die fighten. Die letzten zwei fighten. Ich kann es schaffen, Leute. Ich kann mit der Iced Out Maus gewinnen. Finale, 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 Finale. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, schade, Leute. Das lag einfach an der Maus. Da kann man nichts machen. GG, Bro. Es war auch ein richtiger Sweater. Von daher, neun Kills. Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Iced Out Maus Video gefallen. Smash mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Acht Kills. Zweiter Platz, Freunde. Man kann es sich nicht beschweren. Ich schwöre euch. Man kann es sich nicht beschweren. Hätte mein Snipe getroffen, hätte ich gewonnen. So hat er halt gewonnen. Alter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Smash einen Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht abonniert von diesem Channel, seid abonniert. Aber jetzt schaut wahrscheinlich eh keiner mehr zu. Falls ihr noch dran seid, checkt meinen Vlog-Kanal ab. Erster Link in der Beschreibung. Bis dann. Tschüss.